Hello, ich bin Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Survival. Wir sind letztes Mal an einem Enderman gestorben. Keine Chance mehr gehabt, das ganze Loot zu holen, weil jetzt ist es Nacht. Ich gehe nicht nachts nochmal hier auf Höhlen suche, sonst sterbe ich einfach und immer und immer und immer wieder. Und nach einer Zeit verschwindet das Loot, deswegen haben wir es leider nicht mehr wiedergefunden. Aber das ist nicht schlimm, so viel war es ja nicht. Klar, es war ein Eimer und das ist ein bisschen schade, aber das ist alles nicht so tragisch. Wir haben jetzt hier... Was haben wir denn eigentlich noch in der Truhe? Ich habe mir jetzt hier schon mal ein bisschen Werkzeug wieder gecraftet, weil Steine hatten wir noch da und ein paar Stöcke waren noch in der Truhe drin. Wir haben hier Wolle, das ist alles gut. Holz haben wir gerade keins, aber das können wir morgen früh als erstes holen. Dann haben wir direkt auch ein neues Bett. Haus wollten wir sowieso erweitern, das heißt, das ist unsere Mission heute. Wir haben Eisen gehabt, das war noch im Ofen, das heißt, wir können uns hier... Was können wir uns denn alles machen aus Eisen? Wir können mal gucken. Machen wir das Recipe-Book auf. Oh, eine Eisentür habt ihr gesagt, wollen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir holen uns schon mal Eisentüren. Oh, wir können gucken, ob wir uns eine Chestplate machen können. Ne, eine Chestplate ist es noch nicht. Leggings auch nicht. Wir haben... Wie viel Eisen haben wir denn? Fünf. Vielleicht reicht es für einen Helm. Vielleicht können wir... Mein Card. Uh. Hier, Schuhe können wir uns machen. Wir können uns ein Bucket machen. Oder wir können uns Schuhe machen. Ich sag, die Schuhe sind's. Die Schuhe sind's. So, hier. Dann können wir die nämlich unserem Charakter schon mal anziehen und dann haben wir... Oh! Suit up! Dann haben wir nämlich schon mal... Wie ziehen wir uns denn die Schuhe an? Hier, so. Haben wir schon mal... Oh Mann, sieht das schick aus. Gar nicht, als hätten wir zwei Betonklötze an den Füßen. Dann haben wir hier... Oh! Wir haben im Ofen auch noch einen Iron Nugget gehabt. Das heißt, wir haben da noch mal zwei. Ich weiß nicht, ob man aus zwei irgendwas herstellen kann. Aber ich glaube, wir brauchen drei für eine Spitzhacke, richtig. Das heißt, da haben wir leider nicht die Möglichkeit, da jetzt noch dran zu arbeiten. Naja. Falls ich irgendwann herausfinde, wie das mit dem Knopf geht, dann machen wir uns einen Knopf für die Tür. Aber bis dahin ist das jetzt erstmal alles hier verstaut. Und in Sicherheit das Fleisch nehme ich mal mit, damit ich, falls ich hungrig werde, was essen kann. Und, uh, ein Armerbalken haben wir schon. Nachts ist es... Äh, es ist immer noch dunkel und... Na, ihr wisst schon. Dunkel. Und, äh, dunkel. Ansonsten, das macht alles nichts. Wir können hier nämlich einfach noch ein bisschen abbauen. Ja, in der Nacht ist es gar kein Problem. Hier ist noch ein bisschen Erde. Kann man nie genug von haben. Erde braucht kein Mensch. Aber vielleicht finden wir noch mehr Eisen. Vielleicht finden wir noch mehr Kohle. Keine Ahnung. Kohle haben wir jetzt auch nicht so viel gehabt. Äh, bzw. wir hatten viel Kohle, aber dann ist die uns leider verloren gegangen. Nachdem ich, wie so ein Genie, gekämpft habe. Es war kein cleverer Move. Bin ich ganz ehrlich. Ich hätte wissen können, das Vieh kann mich töten. Ich hätte es nicht angreifen sollen. Also, das war auch hundertprozentig meine Schuld, da... Ne, ne. Da entschuldige ich mich auch ganz herzlich für. Es war so nicht beabsichtigt. So, dann haben wir hier noch ein bisschen mehr von diesem Stein. Nein. Ich hole jetzt erstmal so viel ab, wie es hier irgendwie geht. Wir wollen ja die Nacht rumkriegen und... Äh, keine Ahnung. Ich habe ja sonst nicht wirklich viel zu tun. Wir machen auf jeden Fall... Oh, hier habe ich aus Versehen eine Fackel abgebaut. Hoppala. Naja. Auch nicht schlimm. Nehmen wir hier das ganze Steinzeug mit. Dann packen wir hier unten noch eine Fackel hin. Und dann bauen wir hier vielleicht... So, hier passt die gut hin. Dann bauen wir hier nämlich noch ein bisschen weiter ab und schauen, ob wir da vielleicht noch auf was stoßen. Ich bezweifle es zwar, aber hey, man kann es ja nie wissen. Man kann es ja nie wissen. Ich glaube, es ist halt auch einfach... Wir haben dann Baumaterial. Ich will mein Haus vielleicht aus Stein bauen, habe ich überlegt. Weil Holz... Also Holz ist ein gutes Baumaterial, verstehe mich nicht falsch. Aber ich würde jetzt die ganzen Steine einfach mal durch den Ofen jagen. Und dann würde ich mir so eine Art Erweiterung für mein Haus bauen aus Stein. Und ich glaube, das könnte sehr schön werden. Richtig? Richtig. So. Dann... Oh! Springen müsste man auch mal können. Dann zwuschen wir jetzt hier wieder hoch. Ich bin ja so schnell. Ihr habt auch gesagt, man kann Holz verbrennen. Das ist auch super praktisch. Aber das bringt mir jetzt erstmal nichts. Weil ich erstmal noch ein bisschen Kohle habe und bis dahin. Sollten wir ja wieder fein sein. Es ist immer noch tiefste Nacht draußen. Wir haben... Also ich bin ganz ehrlich, der Teppich ist nicht das Schönste, was es hier gibt. Und man kann da vielleicht... Oh! Wie färbt man die Wolle? Ah, man macht Farbe und man macht die Wolle. Das heißt, das können wir auch mal machen. Wir haben hier nämlich ein bisschen Farbe. Rose Red zum Beispiel. Da können wir unser nächstes Bett, nämlich zum Beispiel Rot, bauen. Dann machen wir das nämlich einfach mal gerade. Und dann holen wir uns fünf rote Wolle. Und packen die hier wieder rein. Was ist eigentlich ein Flint? Was kann man denn aus einem Flint machen? Das würde mich mal interessieren. Hm. Naja. Das braucht wahrscheinlich noch eine Weile, obwohl das halbwegs effizient geht. Also kann ich mich nicht beklagen. Die Eisentür, habt ihr gesagt, funktioniert nur mit Knapp. Deswegen würde ich die jetzt ungern austauschen. Und dann wird es auch schon wieder hell. Das heißt, wir können rausgehen. Und wir können schon mal ein bisschen. Oh, wir können nicht rausgehen. Hier ist ein Skelett. Okay. Okay, Kamerad. Geh mal mit der Ruhe. Seht ihr, der will auf mich schießen. Der will hier Ärger machen. Das ist ein ganz verrückter Kamerad. Ich habe jetzt keine Schaufel dabei. Deswegen kann ich keinen Sand abbauen. Aber Sand brauchen wir, weil ich möchte auch auf jeden Fall Glas bearbeiten. Aber dann baue ich das lieber. Ich habe gesagt, das verliert dann Charges an der Spitzhacke. Und es geht nicht wirklich schnell. Deswegen baue ich das hier mit einem Steinblock in der Hand ab. Weil ich nämlich auch auf euch höre. Nur, dass ihr es wisst. Nein, aber ohne Witz. Ich habe super viele von den Kommentaren gelesen. Und war so, oh mein Gott, wie kann ich das nicht selber gesehen haben. Es ist so logisch. Ah, ich fühle mich wie ein Döberchen. Aber sehr, sehr hilfreich. Vielen, vielen Dank dafür. So, dann haben wir nämlich... Es ist sehr schön, dass wir hier so eine Art Sandbasis haben. Und dann können wir nämlich einmal gleich... Ein bisschen Glas schmelzen, sobald das ganze Steinzeug durch den Ofen durch ist. Es kann sich nur noch um Jahre handeln. Es kann sich nur noch um Jahre handeln. Ich breche auch immer ab, wenn ich irgendwas abbaue. Come on. Das ist einmal nicht so doof. Mensch. So. Das ist schon mal ein guter Start. So. Der ist jetzt einfach hier ins Wasser gegangen, oder was ist der? Hallo? Puh. Ganz verrückter. Das ist ein ganz verrückter. Dann würde ich nämlich schon mal den... Komm. Wir brechen die Mission Steine ab. Und wir... Wir haben jetzt hier schon mal 14. Ja. Das ist schon mal per se jetzt nicht schlecht. Dann machen wir hier so... Ein paar können wir überhalten. Machen wir den Block einmal hier rein. Hoppala. Und dann können wir die noch nehmen. Und das kann hier auch... Ah, das war hier. Genau. Das kann hier rein. Das kann hier rein. Die Steine können wir gleich benutzen. Und dann bauen wir erst mal... Also jetzt sollte das Skelett ja auch verschwunden sein. Noch ein bisschen Holz ab. So. Steinex. Habe ich. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Birken... Die haben wir. Der... Der will einfach nicht sterben. Das ist... Das ist ein ganz hartnäckiges Kerlchen da. Jetzt dreht er sich auch weg und tut so, als hätte er nichts gemacht. Aber ich habe es genau gesehen. Ich habe ihn direkt durchschaut. Ich finde, die Birkenholzdinger sehen ein bisschen schicker aus, als die anderen Holzdinger. Ich weiß aber nicht, wie sehr man jetzt den Unterschied sieht im Bau, wenn ich da... Wenn ich da Bretter draus mache. Früher war das, glaube ich, so, dass die Bretter so ein bisschen heller waren. Und dadurch so ein bisschen nobler aussehen. Aber das kann sich geändert haben. Ich bin da kein Experte. Naja. Wie dem auch sei. Wir beholzen erst mal. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Dann haben wir das. Ah, seht ihr? Okay, es sind wirklich hellere. Ich bin ja so ein Genie. Es ist, als hätte ich nie aufgehalten. Ich bin ja so ein Genie. Es ist, als hätte ich nie aufgehalten, Minecraft zu spielen. Ich bin ja so ein Genie. Es ist, als hätte ich nie aufgehalten, Minecraft zu spielen. So, dann haben wir hier nämlich... Dann können wir das Dach ein bisschen heller machen für einen offenen Look. Richtig. Oh, wir haben auch einen Zeppling. Okay, das Skelett hier, das macht mich auch einfach wütend. Da bin ich auch einfach ganz ehrlich. Das töten wir jetzt. Also, wenn das nicht verbrennen will, dann muss es halt... Dann muss es halt leiden. So. Frechheit. Kommt das einfach an und denkt, jetzt kannst du hier wohnen. Also, so weit kommt es noch. So geht es ja auch nicht. Dann haben wir in der Kiste noch... Hatten wir... Ne, das Glas haben wir leider mitgenommen. Ich packe mal die Türen hier in die Kiste rein. Und dann bauen wir jetzt erstmal eine Erweiterung für unser Haus. Und zwar, in die Richtung haben wir nicht so viel Platz. Obwohl, wir könnten aufs Wasser bauen in der Theorie. Hm. Ich möchte einfach so eine Art Schlafzimmer-Geschichte haben. Ich weiß aber auch nicht, wie man Stufen macht. Naja, das ist jetzt erstmal irrelevant. Äh, bup, 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 bup. Ah, hier habe ich eine Lücke gelassen gehabt. Oh Gott, was tue ich hier? Was tue ich hier? Ähm, genau. Ich möchte hier so eine Art... So eine Art Extra-Ebene. Ich verliere sehr viel Leben. Ich glaube, ich esse auch erstmal gleich was. So. Äh, genau. Ich möchte einen extra Raum, damit ich so eine Art Schlafraum habe. Und dann kann ich... Oh, warte, das ist jetzt eigentlich sogar richtig, dass der Block da steht. Der muss da nicht weg. So. Ups, der muss da weg. Aber das ist egal. Den ignorieren wir jetzt erstmal kurz. Ähm. Dieser blöde Baum hier. Der stört mich auch schon länger. Das heult sich einfach mal ab. Da muss man auch einfach mal gnadenlos sein und sagen, nee, so nicht, mein Gutster. So nicht. Dann bauen wir und bauen wir und haben bald ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer und alles ist schön. Und dann können wir... Haben wir voll die Luxusvilla, ja? Das müsst ihr immer bedenken. Es geht hier nur um ein Ziel. Und zwar, wer das schönere Haus hat, gewinnt. Im Leben. Allgemein. Also, das ist eine Lebensweisheit. Das könnt ihr euch schon mal merken. Für später. So. Also, auch für allgemein, nicht wahr? Das ist ja allgemein anwendbar. Ich baue hier nochmal die ganzen Blätter ab. Die wachsen mir hier nämlich nicht in mein Haus rein. Ich weiß, da unten liegt toll, so ich habe es gesehen. Aber das ist jetzt halt so. Das liegt da jetzt. Dann müssen wir jetzt hier weiter mit dem Birkenholz bauen. Es hat natürlich jetzt nicht den gleichen Effekt. Bin ich ganz ehrlich. Das Birkenholz... Ja, also, es ist jetzt halt ein bisschen random, dass da eine andere Holzfarbe ist. Aber manchmal muss man es nehmen, wie man es kommt. Wie man es kommt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Pfff. Schöner Block. Bup. Na komm. Bup. So, dann haben wir den hier wieder nämlich gelootet. Und dann können wir uns auch schon ans Dach machen. Hier habe ich ja... Ich habe ja noch Türen, ja? Das heißt, wir nehmen uns hier erstmal noch eine Tür aus der Truhe. So, hier haben wir. Dann mache ich hier... Dann mache ich hier einen Block hin. Klar. Gute Idee, Ronja. Gute Idee. Dann nehme ich hier meine Spitzhacke. Piu. Na komm. Piu. Und... Piu. Und baue hier eine Tür rein. Und dann kann ich auch damit in den nächsten Raum gehen. Das ist... Ah, es ist so schön. Es ist so schön. Auf einmal Platz zu haben, ja? Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Äh, was hätte ich das eigentlich da lassen können? Ich glaube, das wäre Teil der Decke gewesen. Wie dem auch sei. Wir machen jetzt hier eh erstmal den Boden. Den Boden, wie gesagt, ich brauche nicht mehr mit der Spitzhacke ab. Ich habe dazugelernt. Keine Sorge. Ich bin lernfähig. Manchmal hin und wieder. Dann ist der erste Raum nämlich so unser Eingangsraum. Slash Keller. Slash... Ich weiß auch nicht genau. Und der Raum hier wird dann unser... Ich mache die Tür kaputt. Schlafzimmer und... Hauptsächlich Schlafzimmer. Ich möchte einen dedicated Raum für ein Schlafzimmer haben. Und dann mache ich da... Baue ich mir gleich vielleicht noch eine Truhe. Und packe die dann hier hinten rein. So für... Nur für Vorräte oder irgendwas. Damit wir... Dann ist der Boden hier auch anders ausgelegt. Ich glaube, das ist die Idee. Ich baue alles aus dem dunklen Holz. Und ich lege den Boden mit Birke aus. Und dann sieht das elegant und zeitlos aus. So. Zack. Bam. Wie geht es eigentlich unserem Glas? Aus unserem Glas geht es allererste Sahne. Ein Glas kommt noch. Darauf warten wir ganz kurz. Bup. Und dann hauen wir wieder die Steine rein. Wir haben auch nicht mehr viel Kohle. Ich verwandle jetzt hier mein Glas professionell in sogenannte Glasscheiben. Upsala. Sehr professionell. Gehen Glasscheiben nicht so. Gehen Glasscheiben wie Truhen. Warte mal. Warte mal. Glas. 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 Ich hätte gerne... Ah, sie gehen sechs nebeneinander. Ich will sie zwar nicht in Lila, was auch immer. Aber das ist okay. Glas. 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 Ich baue immer falsch. Und dann ist das doof. Aber das ist nicht schlimm. Oh, 16 kriegt man da raus. Ich werde verrückt. Nochmal 16. So. Wir haben genau genug für... Se. Na, das ist okay. Das ist absolut fein. Ich glaube, aus den Blöcken muss ich tatsächlich den Himmel bauen. Aber dazu später. Dann baue ich jetzt nämlich hier erstmal eine schöne, große Lücke rein. Für ein schönes, großes Fenster. Heute ist unser Inneneinrichtungsverbesserungstag. Okay? Danach haben wir ein Haus wie kein anderer. Vielleicht wie jeder andere, der angefangen hat, Minecraft zu spielen. Aber wie kein anderer. Guckt mal, was wir hier alles sehen. Ah, das ist das aber auch schön. Mensch, ein Skinner. Da wäre ich richtig glücklich. Das sieht alles sehr traumhaft aus. Oh, dann machen wir auf die andere Seite auch noch eins, oder? Machen wir auch noch eins. Es geht ja auch um, äh, ja, um Stil, Stilbewusstsein. Dann können wir nämlich hier noch ein Fenster reinmachen, damit wir auf beiden Seiten so den See ein bisschen beobachten können und schauen, ob da weiter Skelette sind, die sich einfach denken, haha, wir machen alles kaputt. Wir sind, wir sind, wir sind Crazies. Tipp, 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 tipp und tipp. Oh, sieht das hübsch aus. Seht ihr das? Traumhaft. Ups. Das war nicht, nicht so geplant. Dann können wir hier eigentlich sagen, wir machen eine richtig große Fenstermand, oder? Habt ihr welche dabei? Ja, aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Und dann sagen wir mal, wir machen hier einfach alles, alles weg, was kein, ich weiß nicht, keine tragende Funktion hat. Der oben den Balken müssen wir behalten, damit ich da später mein Dach rausbauen kann. Aber das Holz hier, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Und dann können wir nämlich gucken, dass das hier so eine Art riesengroßes Fenster wird, damit ich im Schlafzimmer gemütlich liegen kann und nicht komplett im Dunkeln bin und man so ein bisschen sieht, was draußen noch so abgeht. Auf, im Rest der Welt. So. Tipp, tipp, tipp. Oh, sieht das. Es ist auch einfach wirklich schön mit anzusehen. Da haben wir genau genug Glas für und können dann einfach weiterarbeiten mit... Jetzt ist nämlich die Frage, kann man, kann man das Dach aus, aus Glasbalken machen, oder? Ne, das sieht nicht gut aus. Mh, mh, ich mach das nicht. Man kriegt scheinbar das Glas auch nicht zurück, das geht dann einfach kaputt. Das ist sehr schade. Das ist nicht so geplant gewesen, bin ich ganz ehrlich. Dann machen wir nämlich hier einen Teil des Dachs auch aus, ähm, auch aus Glas. Einfach für mehr Übersichtlichkeit, würde ich da einfach mal sagen. Und für mehr, ich weiß nicht, Komfort, den blöden Dreck brauchen wir jetzt erstmal nicht. Einfach nur für mehr Übersichtlichkeit. Für so ein offenes Raumgefühl. Und, äh, ja, ich mein, was gibt's Wichtigeres, ne, als ein offenes Raumkonzept? Und ich wüsste nichts. Ich wüsste definitiv nichts. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Haus tatsächlich. Also, kein Witz. Ich muss sagen, dafür, dass es mein erstes Haus ist, ich glaube, hier hinten könnte sogar noch ein kleines Fenster rein. Aber alles mit seiner Zeit. Hier vorne ist jetzt der Teppich, das ist alles sehr schön. Hier, äh, im Ofen, 14 Steine. Genau. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen Holz reinhauen, damit das brennt. Dankeschön übrigens für den Tipp. Und dann können wir hier im Crafting-Menü, äh, voilà, erstmal wieder ein Bett bauen. Das kann noch hier mit rein, aber nein, kann's nicht, weil's andere Art von Holz ist. Und dann haben wir hier unsere Wolle, so, und dann haben wir hier, oh Gott, nein, stopp, stopp, Rückzug, Rückzug, ah, gerade noch rechtzeitig. Dann haben wir hier unsere Wolle, und dann haben wir hier unser Holz, und dann haben wir dieses schöne rote Bett. Und das kommt ins Schlafzimmer, und dann ist es, glaube ich, auch schon wieder dunkel. Das heißt, so, können wir jetzt auch hier ein kleines Nickerchen machen. So, und da sind wir auch schon wieder aufgewacht. Es ist ein wunderschöner neuer Tag, und wir haben eine Mission. Und zwar ist diese Mission, erstmal was Frühstücken. Schönes. Ich mein, eigentlich bin ich Vegetarier, aber, naja, manchmal muss man da Abstriche machen in der Minecraft-Welt, richtig? So, dann können wir nämlich mal schauen, was wir hier eigentlich noch... Da hinten ist irgendwas, ja, da ist irgendeine Flamme, bin mir nicht sicher. Ich glaub, das sind einfach nur Monster, die verbrennen. Das Häschen ist unglaublich süß. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie einfangen. Ich mein, guckt euch das mal an. So ein kleiner, süßer Fratz. Also, oh, nee, das ist ja so niedlich. Das ist ja so niedlich. Hier ist nochmal, ah, hier ist Zombiefleisch. Da unten ist ein kleiner Oktopus. Wir haben hier sehr viel Wüstenregion. Also wirklich sehr, sehr viel Wüstenregion. Da bin ich mir gar nicht sicher, was ich damit alles so anfangen möchte. Aber da finden wir bestimmt auch noch eine schöne Lösung für. Okay, von außen sieht in meinem Haus vielleicht immer noch ein bisschen ranzig aus. Aber das sind halt Abstriche, ja, die muss man machen, wenn man hier kein Profi ist. Ja, das ist ganz normal. Ich brauche auf jeden Fall einen Eimer, damit ich Wasser transportieren kann. Damit ich mir so eine Art Farm anfangen kann zu gründen. Weil man kann zwar hier am Rand, am Ufer bauen, aber das ist ja auch nicht so das Schöne. Ich habe hier aber noch ein bisschen Dreck. Deswegen kann ich mal schauen, ob wir unseren See so ein bisschen umstrukturieren können. Und zwar in so einer Art Reihensystem, dass wir hier immer eine Reihe Wasser haben, eine Reihe Pflanzen zum Anpflanzen und dann geht es weiter so. Einfach für ein bisschen Weizen. Halt ein bisschen wie diese Dorffelder, die die Dorfbewohner immer haben. Ihr wisst schon, was ich meine. Das wird bestimmt ganz schön. Hoppala, so viel Dreck habe ich nicht scheinbar. Naja, so viel Dreck brauchen wir auch nicht. Das ist ja erstmal ein guter Anfang. Und dann können wir mal einen, ähm, wie heißt denn das? Eine Sense? Ne, ähm, ne, Dings? Wie heißt denn das? Dieses Ding, was man bauen kann, damit man, äh, na? Felder beflügen kann? Ihr wisst bestimmt, was ich meine, oder? Wir haben hier Weizensamen, ja? Das ist schon mal ein guter Start. Die Weizensamen kann aber nur auf beackerte Felder gesetzt werden. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal noch ein ganz bisschen Holz, damit wir uns diese Sense bauen können. Ich habe hier den Baum meines Vertrauens gefunden und werde ihn abholzen. Und dann haben wir erstmal nämlich eine Nahrungsquelle. Dann können wir Brot backen. Dann müssen wir auch kein, kein Lammfleisch mehr essen, weil ich will die unschuldigen kleinen Schafe nicht töten. Mein Masterplan ist, dass wir so eine Art, ähm, ne? So eine Art, ähm, kleinen, ich weiß nicht, so eine, pfff, blöd, ähm, so eine Art kleine Farm aufmachen können, schon, aber eher so im Stil, so, ja, die Tiere haben schön viel Platz und dann können wir denen, ich weiß nicht, alle Möglichkeiten geben, die sie so wollen und das wird ganz schön. Und die Webloop, hier ist, glaube ich, noch ein bisschen Cobblestone. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Cobblestone. Und, ähm, genau. Nicht so eine Art Tierschutzfarm, aber ihr wisst schon. Ich glaube, das Gerät brauchen wir hier, dieses, dieses Gerät. Damit können wir dann, meine ich, wenn das alles noch so klappt, wie ich denke, dass es klappt, diese Felder beflügen. Oh, ja, wir können diese Felder beflügen. Das ist, das ist so schön, das ist so schön. So, dann machen wir das hier auch. Erstmal die zwei ersten Reihen. So viele Samen haben wir eh nicht. Dann kommt hier nämlich, bopp, 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 bopp. Oh, wir haben nicht genug. Komm schon, einen Samen wenigstens noch für die Symmetrie. Komm schon, für die Symmetrie, bitte hier. Dankeschön, Dankeschön. Dann machen wir hier noch einen hin. Blub, hatten wir nicht noch Kürbisse? Ich glaube, aber die Kürbisse sind mit verschwunden. Wir hatten noch eine Kartoffel, die Kartoffel können wir anpflanzen. Und die Kakteen würde ich jetzt einfach ungern anpflanzen, weil die sind nicht so cool. Dann pflanzen wir hier die Kartoffeln noch an. Und dann können wir einfach noch mal suchen, ob wir irgendwas finden. Einfach mal in der Welt rumlaufen, einfach mal schauen, was es hier so gibt. Und ich würde sagen, wir haben hier auf jeden Fall, wenn ihr mal guckt, also guter Start, guter Start, wirklich bin ich nicht unzufrieden mit, ob wir hier noch irgendwelche Ressourcen finden. Ich meine, wir waren noch nie im Dschungel richtig. Und ich würde einfach gerne mal gucken, was ist im Dschungel so. So an Sachen gibt. Ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe, aber ich bin zuversichtlich. Andererseits könnten wir auch noch mal in die Schlucht. Da unten steht natürlich schon Zombie. Den seht ihr. Ne, wir waren letztes Mal schon in der Schlucht. Das ist nicht gut geendet für uns. Wir gehen später wieder in die Schlucht. Aber jetzt ist nicht der Punkt gekommen. Eigentlich brauchen wir das Gras hier nicht mehr abholzen, weil wir ja noch Weizensamen haben. Also, der Weizen baut sich ja ab und dann kriegen wir ja Weizensamen. Aber, oh, meine Schere ist verloren gegangen. Ich glaube aber, ich habe noch zwei Eisenblöcke. Das heißt, damit können wir auf jeden Fall noch meine Schere bauen. Was ist das hier eigentlich? Oh, das ist Sandstein, oder? Ist das Sandstein? Das ist ja schick. Stimmt, ich habe meine Häuser früher immer aus Sandstein gebaut. Okay, ich habe jetzt kein Holz. Oh, doch, ich habe Sticks. Okay, wir haben Sticks. Wir haben keine Kohle. Aber das ist nicht schlimm. Wisst ihr was? Wenn ich hier Kohle irgendwo finde, dann gehen wir hier nochmal runter. Das sieht nicht so aus, oder? Ne, ne, also sieht leider gar nicht so aus. Können wir den Sandstein abbauen? Kriegen wir da Sandstein raus oder kriegen wir Sand raus? Das ist jetzt die Frage. Sandsteintreppen können wir bauen. Ich glaube, oh, hier, falsche Schere. Spitzhack ist kaputt. Ich glaube, wir kriegen Sandstein. Wie cool. Wie cool, wie cool, wie cool. Das ist natürlich absolut traumhaft. Ne, aber ich glaube, hier müssen wir einfach mal wieder rausgehen und sagen, das ist es nicht. Aber wir haben so viele Schluchten. Ist es, also meinen Sie, die sind alle miteinander verbunden? Oder ist das einfach nur ein verrückter Zufall? Oder mittlerweile ganz normal? Was haben wir denn hier? Bauen wir Algen an? Können wir Fische fangen? Ich glaube nicht. Ne? Ne, ich glaube nicht. So. Ja, das ist aber, das ist nicht schlimm. Man muss ja auch erstmal erkunden, wo man überhaupt so lebt. Das hier ist, glaube ich, wartet mal. Ist das die gleiche Schlucht? Wieso gibt es denn so viele Höhlen? Was ist denn hier los? Hier gibt es auch keine Kohle. Wieso gibt es denn nirgendwo Kohle? Oh, warte, das ist Kohle. Ich habe Kohle gespottet. Das ist keine Kohle. Das ist Eisen. Ich denke, aber ich habe Kohle gespottet. Und dann ist es gar keine Kohle, sondern Eisen. Und es ist, glaube ich, sehr dunkel hier. Weil ich habe nämlich keine Fackeln. Und das ist ziemlich blöde. Und ich will hier nicht im Dunklen sterben. Ich glaube aber, das ist Kohle. Das ist Kohle! Ja, Jackpot! Ding, 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 ding. So. Ich habe Angst im Dunklen. Die Angst im Dunklen? Ich habe Angst im Dunklen. Das ist nicht schlimm. Wir haben nun... Wir haben nun acht Fackeln. Yay! Auf geht's! Ab in die Abenteuerwelt! Ich will natürlich nicht meinen ganzen Kram hier schon wieder weghauen. Oh, hier ist nur so eine kleine Mini-Höhle. Das ist aber nicht schlimm. Dann können wir auf jeden Fall schon mal nochmal ein bisschen Kohle abbauen. Die braucht man ja immer. Und dann sieht es auch so aus, als ob hier keine Monster sind. Das beruhigt mich sehr. Ich glaube, von Monstern hatte ich erstmal genug. Die letzten zwei Folgen. Oh, seht ihr? Das ist eine Goldgrube. Also eine Goldgrube. Also eine Kohlegrube. Aber ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Das ist ja so schön. Oh, mh, mh. Das ist ja so schön. Ich bin ja so froh. Also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, aber ich bin ja so froh. Dann bauen wir hier nämlich so eine Art Stufensystem, damit ich auch wieder hochkomme. Und es ist so viel Kohle da. Ich kann alles im Ofen verbrennen, was ich verbrennen möchte. Es ist absolut perfekt. Sehr gut, dass wir hier nochmal reingegangen sind. Dann haben wir nämlich alles. Alles, alles, alles. Was wir verloren haben in der Höhle. Fast wieder bis auf den Eimer. Und das ist dann halt natürlicher Verlust, das passiert. Das ist nicht so schlimm. Jeder verliert mal seinen Eimer. Jeder verliert mal. Die Kürbisse habe ich verloren. Aber ihr habt auch gesagt, die Kürbisse sind nicht schlimm, dass ich die verloren habe. Das heißt, das ist alles in bester Ordnung. So, zack. Und da rein will ich ehrlich... Nee, da rein will ich nicht. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Dann swoosh ich jetzt mal wieder zurück zu meinem Haus. Falls ich es fände... Oh, da hinten ist der Dschungel. Vielleicht machen wir einen kleinen Abstecher über den Dschungel. Lasst mich mal überlegen. Hier sind sehr viele Tiere. Hier sind auch Schweine. Die Schafe können wir bald scheren, sobald wir die Schere wieder gebaut haben. Die Schweine sehen so niedlich aus. Oh, dann können wir so eine richtig schöne kleine Farbe bauen. Wäre das nicht was? Ich sag, das wäre... Das hätte viel Schönes. Das hätte bestimmt viel Schönes. So, hier sind auch Hühnchen. Hühnchen braucht man später eh. Die legen... Also... Ich meine, Hühnchen ist eine Basis für jeden guten Minecraft-Spieler. Habe ich mir sagen lassen. Denn... Ah, da ist das Haus. Oh, ich bin ganz klein umweg gelaufen. Mittlerweile habe ich voll den Orientierungssinn. Könnte ich mal... Also würde ich jetzt aber mal behaupten. Voll den Orientierungssinn. Ich bin sehr hungrig. Habe ich noch Essen dabei? Ich habe noch Essen dabei. So, dann gibt es nämlich erstmal einen kleinen Snack. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. So viel bringt mir das leider nicht. Aber das ist schon okay. Ich habe ja, glaube ich, noch was zu essen im Haus. Ich habe die Tür auch offen stehen lassen. Das macht man nicht. Ja, das gehört sich nicht. Du kannst nicht die Tür einfach aufmachen. Dann kommt die Kohle hier rein. Und dann kommt das Eisenerz hin. Hupsala. Das Eisenerz kommt dann auch weiter rein. Und dann legen wir unsere ganzen Sachen in die Tür. Und dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen oder kommentieren. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.